Hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Rundersverwaltung auf dem Kanal Multiplayer mit dem TKW ja ich bin immer dabei ja ich bin immer dabei ja und ich bin auch dabei danke dass du mich erinnerst ok David ist auch dabei warum nur schrecklich David O4 50 David O08 15 ja und es gibt 20 Sekunden Low ja man der weiß natürlich wie immer in der Beschreibung ja man regen sich Leute auf was wollen die TKW TKW ja logisch ja bin ich jetzt Fame oder was schreib was what's truth now I'm Faker natürlich von einem vollberühmten ne Hauerschein nein ein 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 lederbrust Panzer lederbrust Panzer lederbrust Panzer lederbrust Panzer wo bist du sie ist nicht da da steh ich hab ich hab ich hab ha ach leck mich ach Gott egal kommst du da haben wir schon beide neue schöne Skins ne und dann hast du nicht mal einen schrecklich da unten ist einer kommt den Korn ja ich will mir den mit der Hand alter hier ist eine Kiste kann ich keine Leute schlagen kannst du mir das sagen äh ich weiß nicht vielleicht ist der Grace Period ja 30 Sekunden noch ahja ahja schnell wie ich brauche ein Schwert warte wir sollten zusammenbleiben wo bist du da ich hab gar nichts ja dann bleib hinter mir und ich und du kannst mir auch nicht helfen nein der hat offensichtlich auch kein Schwert aber egal Mann das wird schon wieder so eine Failrunde ich seh's schon kommen und ich bleib überall hängen na super da schnell sieh, hör gleich auf Boah du Eumel bleib stehen es ist so einen Tag vor Weihnachten wo wir das aufnehmen fröhliche Weihnachten wenn ihr es an dem Tag seht wo wir hochladen oder danach oder davor das ist egal das ist nicht das bleibt halt ich hinterher, wenn er die Kiste öffnet ja dann dann kill ich den mit der Hand alter ne dann lasst mich aber ja jetzt warte schnell schnell hol dir den was kannst du ich hab ja schon ah meine Pfeile und meine Rüstung wo ich kenne diese Map überhaupt nicht halten und das warum ruckelt es jetzt auf einmal so er hat stellte er stellt auf weniger Chance Danks ich bin aber froh dass ich gerade mal äh Grafiken stellen was was als ob ja dann schon aber nicht gib mir das Eisenschwert bitte wie kann man denn ganzes Dierschwert finden in der Truhe kannst du warte warte hey wie kann das sein ich kann sich nur erinnern an die eine Map ruhig ähm nein halt da nicht laut ich will jetzt gar nicht mehr hören nein lass mich schon Ruhe nein äh hast du Essen für mich da ist noch eine Kiste hallo äh noch ein Dierschwert äh nein sorry ach ich hasse dich ob du was zu essen für mich hast äh ja ja das kann es mir wenigstens geben ach ja war wie lange haben wir jetzt schon Survival Games nicht mehr gespielt gell ja ewig ne ja also aufgenommen und gespielt haben wir es lang nicht Spiels haben wir es eh vorher schon ja was ein Glück aber funktioniert hat es nicht aber das kannst du warte auf mich nein warte auf mich ich bin der mit dem Dierschwert deshalb warte ich ja nicht auf dich ich mag dich nicht mehr ich hab den größeren Schwengel in der Hose warte ich warum weiß ich da noch nix war das ist ja gut wenn jemand im Chatteam schreibt dann weiß es auf jeden Fall jeder der ja okay da war er schreckt er egal der hat in dir schwert und er schreckt sich über den Schneeball das gibt's doch gar nicht warte da vorne irgendwo ist eine Truhe das weiß ich so gut kenne ich die Map schon immer ich rege nicht aber jetzt in die andere Richtung gegangen auch du bist so dämlich alter gibt's gar nicht auch wir sind gar nicht da wo ich dachte ja ich kenne die Map super hast du ne Schüssel nein ey man kann noch nicht mehr Pilze abbauen müssen das für den Müll da ist ne Kiste denn da ist kein Dierschwert drin ist ich sag's dir jetzt fragt hat Dierschwert drin man kann doch nicht mal Blätter abbauen was ist das für Server ein Server wo es zur Wahl gibt es seit langer Zeit einmal wieder funktioniert in der über dem Auer gesprungen ich hab's gesehen ich bin recht oh das ist mal ich rege nicht auch warte dann bis was zu essen ja ich krieg's auch ein besseren Helm dafür willst du denn nicht ja er liegt doch da ja doch wie wir schon ja dann holen die ja ja ich will ja schon ja dann mach hin ja ja komm nein ich gehe hier dann in der Richtung ah warum lass ich mich eigentlich immer von dir überreden da ist au wir sollten zusammen bleiben also komm her boah hier ist auch eh schon alles gelootet da ist das eine Kiste hallo Runde Bogen kein einzigen Feindkontakt bis jetzt außer der eine da der sich nicht mehr wehren konnte Bogen ich hab drei Pfeile für dich oder du hast einen Bogen für mich das wäre natürlich besser nein ich hab nämlich 6 Pfeile Bogen Angeber ganzes Mal lassen jetzt was wirst du die Weisenswerter wird jemand Spitze Axt sie sind beide gleich gut ja das hat nämlich Eisenswerter kann ich für nächstes Block hätten das ist auch noch ein Raum was so vielleicht eine Hose für mich ich glaube immer so ohne Hose rum das könnte vielleicht sexuellen könnte vielleicht jemand als sexuell eine Prozent Stingster ansehen belästigen Schuss für mich durch die Sennfeile 3 ich habe den Helm gebrochen ist er aus was erlichen Stein Stein gedroppt Stein Stein boah ich finde diese Map ist viel zu groß überhaupt kein Feindkont da habe ich halt die Schmerzen Halt deine Schnauze jetzt das will keiner wissen das will keiner wissen ihm anyone? nein nein mit dir nicht ich wette es gibt einen der heißt anyone das ist Mann wenn man Tab drückt sieht man noch nicht mehr wer alles noch lebt warte ich guck mal ob man hey wo bist du hin? über die Brücke ey du bist gar nicht über die Brücke du stehst da hinten noch und Mann kannst du erstmal kommen das ist ja der Brücke Mann man kann doch nicht mal gucken wer alles noch lebt Slash List funktioniert doch nicht ne was war das grad was war das für ein Geräusch das war ich ach so ich hab ich schätze es wird und kein Villager oder so das macht's oder weißt du eh mehr ist drin da kommt man rein wo man die Kiste die da oben ist ach halt deine Schnauze jetzt haaaah schau mal schau mal auf mein Kopf hier heim ah ha 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 ah ich hab so eine Schäsche Scheißmaßen warte ich hab eine Hose für dich endlich wo doch langsam Zeit jetzt folgt mir damit ich die Kisten zuerst finde sechs Spieler leben übrigens nicht hä warum kann man da die Holzschwert ausdecken und hier nicht ey was man kann Holzschwert hä wo bist du jetzt schon wieder Mann ich bin da stehen bleiben ich musste mein Inventar ordnen mh was kannst du eigentlich ja ich brauch mein Inventar nicht ordnen ich hab ein Eisenschwert und Rüstung an ja ich hab noch einen Bogen und Pfeile wo bist du jetzt hin? über die Brücke weiter geradeaus nicht da wo wir hergekommen sind da siehst du falsche Richtung was kannst du das ist aber da wo wir hergekommen sind nein nicht da wo wir hergekommen sind habe ich gesagt Mann das ist mir überhaupt zu schrecklich das ist ja trotzdem da wo wir hergekommen sind nein 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 gar nicht wenn du sagst du bist nicht da wo wir hergekommen sind das ist ein bisschen ein Drachenei ja ich weiß wir sind hierhergekommen da ist noch eine Kiste warte wehe ich warne dich ich sag's dir ich hab mal einen Bogen für dich ja danke und Pfeile hast du auch für mich das weiß ich ich hab dir schließlich welche gegeben ja gib ich mir den Bogen jetzt vielleicht mal der ist in der Kiste du ja sag's doch hab ich ja gesagt ich nehme das Steinschwert einfach mal mit das ist ich habe nämlich wenigstens was aber was ich vertieren kann nein ich habe gar nichts zu essen wo bist du hin schon wieder Mann auf Kisten zuge Mann wir haben die Erschwert und ein Eisner Kiste Goldschuhe du kannst mich verarschen ist auch essen drin wir haben ein Dier Schwert und ein Eisenschwert und verhungern sind gerade am verhungern das wäre schrecklich wenn wir die Sohn jetzt einfach mal wegen Essen verlieren würden wo gibt's denn eigentlich noch sind noch fünf Spieler wo bist du jetzt? auf Kistensuche ja aber wohin wohin noch Kistensuche ja irgendwo was weiß ich wo bist du denn ich bin jetzt hier an dem Weg wieder na hi du hast nicht so viel gekostet ist oh 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 äh Deathmatch oder? oh das ist nicht gut oh ohne Essen ja oh 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 was ist das? oh 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 ich glaube ich habe dich gerade geschlagen oh ich schlag dich gerade das ist nicht gut oh 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 ja oh 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 hey warum bin ich ge... wer hat mich gekillt wer hat mich gekillt Mann Mann okay wir haben noch nicht mal die Runde gewonnen aber es war immerhin eine recht gute Runde vielleicht nutze ich das ja auch irgendwie als Dings da für irgendwas als Gameplay ich weiß es noch nicht oder ich lad's einfach so als Runde hoch weil ich denke okay ich bin gerade vom Server geflogen äh ich denke dass ich jetzt äh dass wir jetzt noch eine Runde dranhängen werden ja und da sehen wir wieder ja man TGW Team nope warum schreit hä habe ich gerade in Gerzloch geschrieben nein ich habe gerade ich habe gerade jetzt geschrieben nope to clear your little cheeses was wird das überhaupt gefragt hm Luke Luxy Lukey Strike dude da ist nur 890 der ist ja fast gleich alt wie du oder? nein ich bin schon 21 ja genau dann bin ich 34 ja hi cool ja hi das ist die einzige mögliche Antwort Mann ein Steak wo bist denn du wo bist du da ich habe ein Goldschwert wo bist du da da ja komm du hast immer noch keins gehen da war ein Dierschwert und ein Eisenschwert ja okay ist denn ich habe keins von beiden bekommen da ist ja das schlecht mein Glück hat mich verlassen aber immerhin ein Goldschwert sei froh ja für dich auch eins ja okay dann gibts mir doch danke dann habe ich vielleicht diese Runde mal mehr Glück dr es ist ja so wach mit sonnach wie alles weggelooted schicht schichtige weg 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 da war einer mit dir schweb ja okay der kann nix hätten natürlich so gekillt einfach mal logo nun kann die kann man die feile nicht einsammeln das voll blöd stark da ich werde ok und hätte ihr so cool feile eingesammelt und ohne aber nein durch hinter mir er wo bist du ich bin ich blöd da auch du bist beim zug du bist nicht in der lockt du bist im zug man nicht in der wegheit zu können da ist jemand in den Zug ja du ein noch jemand und er ist sicher er hat aber nichts und die doch da weg warum hat sich mein Hunger wieder aufgefüllt kann man das mal sagen ja cool da draußen ist noch jemand da sind ganz viele bist du eigentlich noch hier drin ich bin wieder warum bist du rausgegangen bleib 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 drin bleib drin nein ich geh aufs dach da ist jemand da ist jemand wenn ich umdachstunden der alt wird warum ist es meint es geht weg wird sich verarschen an ich denke nicht blöd blöd ich hatte ein Steak Mann finde ich gar nicht fair ist doch jetzt nicht wirklich runter gefallen aber auch nicht erwarten vorhandene ich brauchte ich was zu essen weg 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 nicht ich bin so am Arsch Alter oh er schießt auf mich er trifft aber nicht eher schlecht er schießt auf mich und auch bei der Komitektur kommt auch und ist so wichtig was ich war ich habe auch ab ich habe mich keine Chance gegen ihn weiß nicht die Räge und schnell herzene Karte er war er hat doch das mit dem ist dann ja noch lauter reden hilft auch nicht okay eisenschwert ja okay danke mama bitte tür zu machen ich bin so am arsch aber bitte trotzdem die tür zu machen ach mensch alter ich brauche dringende Kiste und was zu essen ja ich auch ich hab vier Herzen weg Alter bist du da unten? ich bin da bei so ner Brücke im Wasser ja da bist du hi ja springe halt ins Wasser du Holzkopf alter ja auch da war Wasser mit dir kann man echt nicht spielen Alter ja das klaust du einem den wwwwwww ich kann nicht mehr reden hast dir Schwert ne und dann gibst du einem nur das Eisenschwert da ich hab hey warum hab ich zwei Holzschwerter wie kann man denn bitte Holzschwerter stacken ach ich hab mein Steak wieder ja ich ess das aber das kriegst du nicht hat nicht mal gereicht zum Regen verdammt äh ist da ein Spieler? oder war das nur Einbildung? ich hoffe das war nur Einbildung ja ich hoffe auch komm irgendwo ich glaub ich hab grad voll die Einbildung und ich dachte ich hätte ne Kiste gesehen ok nein hast doch was? achso oh wenn da Essen drin ist gib mir das dass wenigstens ich Regen kann ok? weil du für dich reicht's wahrscheinlich auch nicht zum Regen nein aber es war kein Essen drin leider dann jetzt zum Dampfer man ich hab kein Optifine drin ich glaub da ist schon wie nein das ist kein Spieler oder ist es ein Spieler? nein das ist ne Liane ok die Map hat nur nicht geladen haha have any food nein brauchen wir auch nein ich bin im Spinnennetz ich hasse mich blum kann man das abbauen? nein kann man natürlich nicht och lass mich doch in Ruhe da ist wieder irgendwas oh da ist ein Spieler da ist ein Spieler hast du Pfeile? ja gib mir die schnell schnell die haben einen Bogen ja schieß auf den wo ist der? im Wasser hinten ja ich kann nicht sprinten weh du triffst mich jetzt ich sag's dir aber was kannst du gib mir lieber die Pfeile oh da war ne Truhe der hat ne Truhe komm komm wir beide gehen jetzt auf den im Wasser oder? ja ich komm hier nicht weg ja gehst du hier lang? idiot alter ey was machst du? ich bin nicht bei dir ne das weißt du ja ok ja wieso hat der? das hat er jetzt aber voll getroffen jetzt aber entschuldigung was? was ist los? das hat er jetzt voll getroffen aber entschuldigung hallo? komm wir gehen jetzt drauf oder? ich bin so dämlich nein ich muss runter auf komm ich geh drauf hättest du besser hättest du mir besser die Pfeile gegeben wärst mit deinem Eisenschwert draufgegangen ja ich hab immerhin bisschen Rüstung grad noch bekommen die hat der nicht mitgenommen der Idiot der müsste jetzt oben sein drin oh du warst sag's doch hättest du mir besser das Schwert gegeben ganz ehrlich Tierschwert ey was laberst du? du bist tot nein hä? ich hab ihn gekillt ach killt bei Davido hm und wo war das Tierschwert jetzt? der hat's gehabt oh oh da kommt noch jemand gib mir Essen bitte ich hab kein Essen da gar kein Essen gehabt Mann warum haben die denn alle kein Essen? ich glaub der hat auch ein Dierschwert ja komm ja ich hab ein Eisenschwert für dich brauchst du ja ne? ja ich brauch eins ja komm runter und an Land dann jo der hat auch ein Dierschwert das sieht nicht gut aus vier Herzen immer noch weg da hängt ein Geschenk an dem Kran ja vier halb Herzen äh zwei halb oh das sieht nicht gut aus gibst du doch besser mir das Dierschwert oder gib mir mal bitte ein paar Pfeile wenigstens oder hast du keine mehr? ich hab keine mehr doch ich hab zwei Pfeile gib mir einen ja oder zwei ist auch ok das ist kein Geschenk anhängen klar soll kein Geschenk sein ist es aber komm wir sollten vielleicht nicht sprinten was wir wenigstens ich kann nicht mehr sprinten ach so ich hab einen Hunger verhungert man hier? ich hoffe ja nicht ja bis auf all bis jetzt rund, oder? ja ja doch stimmt schade dass man mit Gold dass man das nicht abbauen kann dass man das nicht abbauen kann ah fuck man hier ist Eisen wenn man das doch wenigstens abbauen und schmelzen könnte und dann essen oder so vielleicht was ich bin immer in den Ohr hast du mich erschreckt? ich dachte er wäre ein Spielalter ich bin was ist ja was im Ofen? nein natürlich nicht die ist mit Trudel übersehen aus die nirgenden ohr hab ich es gesehen denn brauchen wir überhaupt nicht weitergucken bei den anderen auch wir sind ja schon raus wo bist du denn raus bekommen müssen zusammenbleiben bei den ich bin ich hätte ja bist du das da bist du traurig ja wenn du kein Skinder ist aber auch ich kann es gehen bei dir ja mein Baum die Wörter durchgefahren Hungerschein also wenn ich sterbe dann kriegst du mein Tierwert ich hab mein Eisenschwert getrobt das gibt's doch nicht das ist nicht so schlimm ich hätte zweites Kopf wo wir brauchen so dringend Essen Alter er freut mich wort mich nur an pusten ich bin es dann gibt besser mir das Tier schwert denn sonst ist ganz weg weil du dann falls jemand kommt ja okay ich fühle mich so stark dass ich auch mal eins habe Alter wenn du jetzt killst nein wo denkst du hin und wäre aber auch eine gute Idee ne du kostest ja nur ne ich nicht killen würde dann müsste ich dir kein Essen abgeben dann könnte ich die Runde gewinnen neun spieler sind noch da verdammt lauf es ja nicht gegen den kaktus ja ja man sagt mann also entweder müssen die Kisten schnell so schnell wie möglich aufgefüllt werden jetzt oder ja oder was weiß ich irgendwo ja du bist nicht der einzige der nicht sprinten kann scheint also rar zu sein das Essen hier auf dieser Map hm hier war eh schon jemand in dem Haus hm sieht gar nicht gut aus erschreckt mich nicht immer so Alter wenn ich deinen Namen sehe dann kriege ich ein Herzinfarktenheim das ist ja blöd alles ich hab dich mal wieder verloren wo bist denn du kannst du sprinten? ja ja dann versuche mal hier ranzukommen wo? es geht nicht nur zwei hoch von hier aus? ja sagst doch aber da oben ist wahrscheinlich nix ne hier dann? ne? da ist auch nix drauf also im Moment geht mein Hunger zum Glück ziemlich langsam runter ich hab immer noch nur zwei Hungerkollen weg neiner geht gar nicht runter ja wie denn auch? jai vielleicht hättest du besser das Steak genommen wenn das Steak was ich am Sporn bekommen hab nicht weggegangen hätten wir dieses ganze Problem jetzt nicht wozu kann man eigentlich Sticks finden wenn man sowieso keine Diaz oder keine Eisenbarren findet vielleicht kann man das Eisen abbauen ne als ob man kann hier ja noch nicht bei Blättern oder Pilze abbauen da noch was drin was zu essen? nein auch nicht oh man ja was für dich das ist gut oh hast du gute Rüstung alter sollte ich vielleicht dir die Rüstung geben? ne komm passt weil du das Tier schwer passt ja dann geben dir halt die Rüstung ist mir auch egal ok dann geb ich dir meine so ja das muss für die Zuschauer sehr sehr spannend sein ja super ne ich kann ja sein dass die Runden einfach nur als Gameplay benutzt oder so irgendwas falls wir können uns ja noch irgendein Weihnachts Special ausdenken ne zum Beispiel wir hängen da wird jetzt hier an diesen Galgen hier super Weihnachts Special ne super Weihnachts Special ne du bist so dumm da unten ist in der Kiste ich hab's gesehen aber was kannst du eigentlich mann David da wär so viel Essen drin gewesen zwei roh Hühnchen zwei roh Hühnchen Mensch das glaub ich jetzt nicht du bist so dumm t ich meine gescheite Rüstung man oh meine Güte ja hoffentlich finde ich jetzt wenigstens noch ein spieler nicht umhauen können was hast du gesagt der bis zu leise wenn ich damit gerne dass es so weiter runter geht du bist so dumm ich bin bei jedem Euro schrecklich mit dir hat man es nicht leicht ganz ehrlich ja ich weiß ich glaube es immer noch nicht wie viele Spieler sind eigentlich noch da müsste ja irgendwo stehen fünf ab wann geht der Dings los ab vier glaube ich könnte ich mich ja jetzt umhauen ja ist keine Kiste ist da eine Kiste hm sieht nicht so aus somebody has food fragt er gerade als ob jemand einem Gegner Essen gibt das ist aber dämlich ich gehe jetzt einfach mal zum Spawn wenn ich den finde hoffentlich ist da jemand aber ich habe irgendwie das Gefühl dass es nicht Nacht wird kann es sein dass die Sonne sich nicht bewegt doch die bewegt sich doch die bewegt sich aber das oder bewegt die sich ne ok es gibt also kein Chest Refill das ist sehr blöd ja ich gehe jetzt einfach zum Spawn und bettel mich dann mit irgendjemandem vielleicht sterbe ich ja davon da ist jemand bam endlich ja was ach cool da ist in ein paar Sekunden ist Dings da Deathmatch vielleicht gewinne ich ja sogar aber ich glaube es gibt mehrere Diaschwerter ne direkt auf der hey ich seh den nicht der ist bei mir nicht ja was ist das denn ich bagge ich bagge zurück und die muss ich verarschen gerade die haben alle Diaschwerter ich bin einer noch verzaubert das werde ich so verlieren sage ich doch boah es hat geleckt wie so ok das war es dann von dieser Runde ich würde sagen noch frohe Weihnachten und so euch alle wenn ihr das natürlich in Weihnachten seht dann wenn es hochgeladen wird aber ich würde dann mal sagen bis dann tschüss tschüss ich muss weg ich muss weg 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 und wenn ich lesen es이에요 konnte sein ist dann weg 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 Nein, kein Wäschgadach, bist du? Da, er ist gar nicht hin, bitte! Autsch! Au, au, au! Scheiße, bitte! Oh, oh, oh! Ich nehme jemanden auf! Oh, kannst du nicht mehr etwas tiefer reden? Ah!